Der Plan perfekt. Ich habe die vollständige Kontrolle über dieses Gebäude. Je länger wir warten, umso größer wird das Risiko. Also, wir gehen rein. Jetzt! Die Umsetzung erfolgreich. Wir haben sie direkt an uns vorbeilaufen lassen. Ihre Tarnung. Eine Milliarde Dollar fehlt. Unfassbar. Und wir entdecken das erst jetzt, richtig? Jason Statham. Komm und holen Sie mich, Sie miese Stück Scheiße. Wesley Snipes. Wir hoffen immer wiedersehen. In Chaos. Freitag, 20.15 Uhr. Bei Adriel 2. Und danach, die Entführung der U-Bahn-Perham-123.